Du kennst bestimmt viele Pop-Songs. Pop ist ein Stil in der Musik und die Pop-Art könnte man als eine Schwester in der bildenden Kunst bezeichnen. Pop ist die Abkürzung von populär. Populär bedeutet, dass ein Song aus einfachen, eingängigen Melodien besteht und so vielen Menschen gefällt. Für die Kunst bedeutet dies, dass einfache, bekannte Bildausschnitte oftmals aus dem Film oder der Werbung auf die Leinwand kommen. Und was ist auf unserem Bild dargestellt? Genau, nichts weiter als 200 Suppendosen. Stell dir mal vor, was das für eine riesige Mittagstischsuppe geben würde. Andy Warhol wollte Kunst machen, ohne dabei persönlich zu sein oder Gefühle zu zeigen. Dies ist eine ähnliche Idee wie die, die wir schon von Pete Mondrian kennen. Andy Warhol wollte auch auf den Konsum der Menschen aufmerksam machen. Die 200 Suppendosen sollen ein Symbol für die damalige und noch heutige Welt sein. Die meisten Menschen kaufen immerzu nur neue Dinge. Viele Menschen sitzen lieber vor dem iPad, statt mit den Freunden ein Eis essen zu gehen und und und. Andy Warhol wollte mit seiner Kunst dieses Verhalten kommentieren.